Bei Bares für Rares zahlte Fabian Kahl für ein Mitbringsel das Zehnfache des Wunschpreises. Für ihn hat sich das gelohnt, denn er konnte sich einen Kindheitstraum erfüllen. Laut Tochter Sophia hatte der Papa das im Schrank gefunden, erzählte sie über die Originalphasenzeichnung, die bei Horst Lichter in der Montagsausgabe der ZDF-Trödelshow Bares für Rares auf dem Pult lag. Sven Deutschmanek wusste, dass es dafür eine Riesen-Fangemeinde gab. Doch der größte Fan saß tatsächlich im Händlerraum. Wie ist das Bild denn in den Schrank gekommen? fragte Lichter ganz verdutzt. Anscheinend hatte der Verkäufer, Markus aus Rheinbach, die Zeichnung ganz vergessen, die er einst bei einer Weihnachtstombola im Jahr 2002 gewonnen und danach im Schrank gelagert hatte. Erst kürzlich war das kleine Bild beim Aufräumen wieder aufgetaucht. Sven Deutschmanek erklärte, dass es sich bei der Phasenzeichnung auf Celluloid um ein Szenenbild von der Sendung mit der Maus handelte, die seit 1971 als eine der erfolgreichsten Kindersendungen im deutschen Fernsehen läuft. Die Folie mit der 2D-Trickzeichnung war zudem samt Widmung vom Zeichentrickfilmer Friedrich Streich signiert. Wie viel Taschengeld willst du dafür haben? fragte Lichter. Eigentlich 50 Euro, antwortete die Tochter des Verkäufers, der zustimmend nickte. Doch Experte Deutschmanek schätzte den Wert noch etwas höher ein, auf 100 bis 150 Euro. Denn leider ist Friedrich Streich 2014 verstorben. Und außerdem gibt es eine Riesen-Fangemeinde von der Maus. Cool, staunte Fabian Kahl, als seine Kollegin Susanne Steiger den Sendungsnamen die Sendung mit der Maus vorlas. Sicherheitshalber fragte er noch mal nach. Eine Originalzeichnung? Auch Jan Zietzek hatte großes Interesse und war anscheinend genauso perplex wie Kahl. Denn er stotterte nur ein überraschtes Wow. Das ist große Kindheitsgeschichte, strahlte Händlerin Steiger. Als das Tochter-Vater-Gespann den Händlerraum betrat. Ihr Kollege Zietzek wunderte sich aber auch, warum die schöne Zeichnung nicht etwas für das Kinderzimmer wäre. Aber der Vater erklärte, Sophia wollte lieber ihr Taschengeld damit aufbessern. Bares für Rares Kahl zahlt 510 Euro für die Zeichnung für mich war das ein totaler Kindheitstraum, gestand Fabian Kahl. Aber das erste Gebot lieferte Steiger in Höhe von 100 Euro. Doch dabei blieb es nicht lange. Denn jeder im Raum mischte mit und so erhöhte sich der Preis schnell auf 300 Euro. Anscheinend wollte jeder der Händlerinnen und Händler sich das Bild unter den Nagel reißen. Erst als sich Karl und Esther Ollig auf 450 Euro hochgepokert hatten, stieg die Händlerin aus. Doch das hieß noch lange nicht der Zuschlag für Karl. Denn jetzt meldete sich Zietzek zurück ins Rennen. Fürs Kinderzimmer, stachelte Steiger ihn an. Denn auch Zietzek hatte einen Sohn, der großer Fan von die Sendung mit der Maus war. Und so bot Zietzek 500 Euro. Aber Karl erhöhte auf 510 Euro. Denn das Geld ist mir völlig egal. Ich liebe die Sendung mit der Maus und wollte sowas schon immer haben. Und so bekam Karl den Zuschlag und sorgte für gutes Taschengeld für Sophia, die sich nun Karten für den Freizeitpark leisten wollte. Ich habe mir gewünscht, dass du es kaufst, flötete Lichter, als er Karl zum Kauf gratulierte. Der Händler war immer noch überglücklich. Denn das ist eine legendäre Sendung und das Bild muss man einfach haben. Insgesamt liefen bereits 2500 Sendungen mit der Maus und wir sind ihr mit Bares für Rares auf der Spur, schmunzelte Lichter. Bares für Rares Händlerin auf Wolke 7 Als weiteres Objekt der Sendung wurde ein Mosaik-Anhänger von 1933 aus Mailand von Wendela-Horz auf 50 bis 80 Euro geschätzt. Das Objekt aus Messing hatte kaum Material wert. Aber das Verkäuferpaar wünschte sich 100 Euro. Die Händlerkarte wurde dennoch angenommen. Zum Glück. Denn Jan Zietzek zahlte sogar 200 Euro. Für ein Ölgemälde mit einer kleinformatigen Landschaftsdarstellung von Frederik Henry Henschow wünschte sich die Verkäuferin 350 bis 400 Euro. Colmar Schulte-Gohls betonte vor allem die feine und detaillierte Malerei von 1829 und schätzte den Wert auf 600 bis 650 Euro. Jan Zietzek zahlte 450 Euro. Ein Diamantring sollte für 4000 Euro verkauft werden. Wendela-Horz schätzte den Wert des glitzernden Rings aus 750er-Weißgold auf 4000 bis 5000 Euro. Von Weitem sieht er aus wie ein 5-K-Räter, freute sich Händlerin Susanne Steiger. Doch Fabian Kahl erhielt den Zuschlag bei 4500 Euro für den Ring aus den 1960er-Jahren. Für ein Keramikgeschirr der portugiesischen Marke Bordalo Pinheiro aus den 1960er-Jahren wünschte sich der Verkäufer 3000 bis 4000 Euro. Colmar Schulte-Gohls schätzte das Konvolut nur auf 1000 bis 1200 Euro. Die Händlerkarte wurde dennoch angenommen, aber das Geschirr nicht verkauft, denn 700 Euro von Esther Ollig waren dem Verkäufer nicht genug. Drei Designer leuchten aus den 1990er-Jahren verortete Sven Deutschmanek in Venedig. Gewünscht wurden 1000 Euro, Deutschmanek schätzte auf 1200 Euro und Händler Jan Zietzek zahlte letztlich 1250 Euro. Gewünscht wurden 1000 Euro.